Featured Match Finale, Yu-Gi-Oh! Oase Turnier in Maison. Links der Powell hatten wir heute schon öfters gefeatured. Und The Despier Guy auch schon gefeatured. Runde läuft, viel Spaß euch. Eine Zeit bei mir verkürzt sich beim Rasten. Dann The Factor Bayer. Ich habe unsere Highlights rausgeliefert. 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 dass man auch von der Bonobai auch zurückkriegt. Aber, bitte, Monat, aber nicht. Ja, okay, versteht das? Das Schäfte an dieser ZB-Tuch ist, wenn man das nicht mehr schweigt. Ich weiß nicht, wenn man das nicht mehr schweigt will. Ich bin auch nicht mehr schweigt. Ich kann 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 nicht mehr schweigt. War gut. ... und ich bin schon fertig. Ich habe die Hände im Montag. Es ist wieder heilig. Es kommt wieder vorher, ja? Ja, es ist fertig. Jetzt fertig, ne? Ich kann nur jetzt reden. Die Hände sind einfach sofort auf die Hände. Ich kann nicht mehr schweigt. Ich kann nicht mehr schweigt. Ich habe die Hände gegen die Hände. Ich konnte nicht mehr schweigt. Ich habe eine Karte. Ich fühle mich so sicher, dass ich sogar nicht brauche. Ich habe die Kamera da lassen, wo ich die Farbe hände. Echt? Ja, das ist gerade der Hohmann. Das ist genau der Bildschirm. Ja, sehr schön. Gute Kaufe. Danke, danke. Ist es okay? Ja, ist es okay. Das können ja wirklich alle sehen. Mhm. Ich bin so. Ich hab's ja jetzt. Nee, aber das ist ja gut. Und du warst ja, du warst ja gut. Ja, du warst ja gut. Ich versuche nicht so. Ja, du hast ja gut. Ja, dann hat sie durchschneut und das kannst du mal nehmen. Ja, du hast ja gut. Ja, du hast ja gut. Ja, du hast ja gut. Ich würde den J-Deck gewinnen wollen, dass ich dieses Jahr noch einen Checkmate gewinnen würde. Ich würde den... 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 Aber ich muss auch sagen, ich will den J-Deck, das ist ein Schicksal. Was willst du denn machen? Ich weiß nicht, wie du das Rett befinden kannst, die Rett oder so. So, so echt nicht geil. Das ist ein Schicksal. Ja, das ist ein Schicksal. Und die Spätigkeit ist wieder sehr ungegeil. Und die Spätigkeit ist ein Schicksal. Ich hab mal hier irgendwie, ich hab hier Hoffnung verschwohlen und um 8 Reisen in der Hand, ach wie geht's gleich. Okay, gib mir weg den Rest. Geh mir weg den Rest. Scheinbarer schießt Burger. Ich hab jetzt nicht genau ausgedrückt. Wurde Mitglied zusammengeholt. Ich muss sich vorstellen, es gab auch Burger. Der kann suchen mit 1.500 oder weniger dafür, ne? Der hat uns auch nicht besprochen. Ich glaub, jetzt haben wir den Verkreuz. Ich hab den Chicken Burger, ja. Ich hab noch genug, Digga. Ich hab nur noch genug. Willst du da gackieren? Was ist dein Target? Ja, guck mal. Beide. Nicht gut, nicht gut. Wir wollen, dass du nicht so am Montag kommst. Lecker! Das ist echt wichtig. Das ist echt wichtig. Lieblich. Bester Chef der Welt. Ich darf sagen, du darfst jetzt niemanden denken. Seid ihr in Sachsen-Anhalt? Seid ihr heute auch? Geh, kommt nicht. Genau. Geh, wenn sie schreien. Ja. 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 Also mehr, die ist einfach nicht. Mehr, die ist einfach nicht. Mehr, die ist einfach nicht. Ja. So ein bisschen auf der Hauptstraße. Ja. Ja, ich glaube ihr wisst bei, da habe ich mich gewöhnt, wie sie gerade. Ich habe mich gewöhnt, wie sie gerade. Ja, ich habe mich gewöhnt, wie sie gerade. Wird davon abgesehen. Ich bin nicht so, ich habe mich gewöhnt, wie sie gerade. Das ist ja gleich lausend. Warte! Ja, bitte. Ja, genau. Ich kann nicht mehr von mir machen. Ich hab schon mehr DSD vorhin. Einfach mal raus. Einfach mal raus. Nutzsturm. Legiere ich. Ist das dein Job, Digger? Das reicht. Das ist ein Blur. Gestern ist das ein Endlos gegangen. Das ist bei einer Minus-3-Karte. Ich wollte einfach den Job in der Schlange warten. Da muss ich wohl erst mal meine alte Winterjacket geben. Warte, habt ihr meint, ne? Das fällt eh nicht. Aber du weißt, die Fett ist dran. Toll, wo könnte die Alex sein können. Damit halte ich das Essen. Boah. Guck mal. Da haben wir vier und wir davor in die Zone. Da brauchen wir auch Kaffe. Und die Matte. Die Matte. difficile. Aber sehr viel Wirkung. Hast recht. Und der Christa. Ich habe hier mit dem Glas ein Glas. Der so. Ich hab da ganz sicher nichts mitgemacht. Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt ganz klar. Ich bin jetzt drücklich. Das war kostenlos, da war ich nicht so gut. Händler des Vertrauens. Hätte auch gesagt, dass es so ist. So. Kommt ja, wenn die Aufnahmen von der Welt schauen. Wir haben ja unter diesen Zug. Einfach nur für hier. Das war Jens zu dem Channel. Kommt weg. Jens? Komm. Kann ich jemand noch gucken? Kann ich das jetzt hier mal nehmen? Es sind auch noch drei Bürger. Herr Ruh! Ich überlege gerade, wie du es gemacht hast, aber nicht. Kannst du nicht machen. Das ist besser. Nein. Ich guck da rüber, weil das Teerbrow. Das ist clean. Ach Gott, hier wirklich machen. T-bra ist richtig geil. Ja. Ist schön. Ja, ist schwierig. Was ist das? Ich weiß, hier kommt noch 5, wo ich jetzt mal was spielt. Was macht denn so gut? Einfach, dass ich da rüber und will noch 1, 2, 2... Digga, einfach nur das... Einfach nur das... Digga, Teil, du kennst mein Deck. Ich wollte hier mit 5 oder 6 Spiels gespielt. Ach, schieße kurz. Okay. Ich habe 42 gespielt. Das ist auch so viel, Digga. Da haben wir auf einmal mit den anderen Reflex verweidert. Nein! Danke. Die Penis sind auch freigeschli, Digga. Muss alles rein, Digga. Muss alles rein? Das ist auch noch nicht richtig. Ich brauche mal ein 2. Alles auf 2, Digga. Also... Ich kann die nochmal wegnehmen. Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, der 1. kommt in der Tür. Der 1. zieht auch noch eine. Dann... Job? Ja, aber... Ich meine, ich war ja nicht im Blick. Abends, Digga. Stand Buffets? Nein, das ist ein Collectorias. Nein, das ist ein Collectorias. Ja, das ist ein Collectorias. Ja, das ist ein Collectorias. Ich bin ein Collectorias. Ich bin ein Collectorias. Nein, nein, es waren nur 3 drin. Wir haben das letzte Mal auch genau 5 bezogen bei einem. Du hast das Bild noch gesehen und gepostet. Ich bin ein Collectorias. Ich bin ein Collectorias. Wir hatten mein Freund Pürde. Wir haben den Tore. Ich habe den Tore. Ich habe den Tore. Ich habe den Tore. Das geht auch nicht. Das war Tore oder so. Ich habe den Tore. Ja, du kommst, kommst. Ich bin da. Mann, kick mich halt, Alter. Hallo, Mann. 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 Mann, Mann, Mann. Ich habe den Tore. Ich habe den Tore. Jetzt ist das Fahrrad angegü costiert, Alter. Um 10 und 15. Bin ich nicht und gerade, da muss ich mal klarkommen. Er ist jetzt hier mit dem Fahrrad говорить, er geht etwas mit zwei Stunden. Er muss wieder klarkommen, dann kann der Ropf nochmal raus und dann noch mal klarkommen. Sie sagen, man muss gerade den Klarkoß anpacken. Das muss ja und klar, der ist jetzt eben fix. Dann würde ich dann an den Chefsdiener spielen. Chefsdiener spielen. Von dem? Ja, von dem. Dann würde ich versuchen... ...alles auflösen, mit dem wir was nicht machen. Entschuldigung! Man hört jetzt in die Serie im Ausdruck! Jedes Tag wessen sich traurig an. Achso. Oder... Na, sorry. Ich würde es einfach nur vielleicht... Kannst du dir weiterfluchen? Ich würde es einfach kleiner wahrscheinlich. Ich würde einfach den Store machen... ...und nebenbei so ein bisschen Online-Market machen. Zurück, aber nicht zu melden. Ich hätte ganz krass, gibt es da noch nicht. Anfang, Mitte oder Ende. Das ist richtig. 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 Gestern kam hier Lukas Schweizer an. Exzess tot. Und zwei Druis oder drei Druis und so. Und... ...gefährt morgen irgendwo hin. Und auch kriegst du Geld. Das hat er gekriegt. 59 oder 69 Euro reinkriegt. Ja, sehr glücklich damals. Hier. Ja. Ich meine... Nur, dass du dich in zwei Wochen wieder die Zähne nochmal anfragst. Ja, aber was ist das? Kommen? Ja. Ja, ja. Alle waren vorher weg. Das ist das. Ich sag's jetzt mal. Aus Edco. Was denn? Aus Edco und Englisch kostet... Warte mal, aber das ist ein Dänisch-Sin. Oder? Nee. Du hast wieder einen Warten, das kenne ich. Das ist Schwestern, 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 Schwestern oder so. Da bin ich aber ganz dabei, dass ich mich hier angreifen kann. Jo, das war so das R4. Das ist nur bei 3. 3. Da habe ich trotzdem mal... Warte, ich habe ja noch eine andere Frage. Ich habe ja noch eine andere Frage. Ja, ich kenne es, ich kenne es. Das war okay. Das ist ja geil, Digga. Das ist ja noch ein Foto. Ja, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja richtig. So, ich habe ja genau... Hier. Ich bin ja so geil. Das ist ja auch ein Foto. Ich bin ja noch ein Foto. Das ist ja noch ein Foto. Ich bin ja noch ein Foto. Jetzt weiß ich, wie sehr ich über Nacht recht vor. Welche Liga? Ja. Ja, ich bin ja noch ein Foto. Ja. Mach mal, ich bin ja noch ein Foto. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 ... 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